Flori muss zur Anprobe, du kriegst nämlich ein neues Winterjacken die ist ja schön schwarz, das sieht man noch nicht Möchtest du zur Anprobe oder nicht? Tja Na hast du es? Noch eine ganze Runde Flori, noch eine Runde Wie soll man einen schwarzen Hund hier filmen? Jo, ich sehe dich Flori, komm her, komm? Komm her, komm her, komm her, komm. Ja, 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 komm her, ja, ja, komm, komm her, komm, sitz, bist du müde, oh, kauen, so kurz kauen, und jetzt sitz, sitz, ja, komm, sitz, sitz, wo bist du, die Pfüllchen, die Pfüllchen, da musst du nicht noch was messen, da sieht es aber schöner aus, als so, wenn es so frei ist, ach so, da ist das Bündchen drum rum, sitz, ah, rot, fein, noch gut, ein schwarzer Hund, ist halt schwarz, ja, passt, ja, wieder ausziehen, okay, Kipfüllchen, Kipfüllchen, da habe ich noch hinten enger gemacht, weil sie hinten so schmal ist, Kipfüllchen, und dann, ja, 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 Kipfüllchen, ja, 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 Vielen Dank.